Dänemark ist super. Ausrüstung. Lass mich mal gucken. 24. Mal haben wir das. Da haben wir nur das. Das ist ausgerüstet. Ich versuche gerade... 70 Prozent. Damit kommen wir wenigstens schon mal ein bisschen runter. 70 Prozent ist, glaube ich, schon mal ein relativ guter Wert. Okay. Oh, das könnte... Das könnte funktionieren. Bei mir geht es nach Garten. Oh, habe ich auch gehört. Soll sehr schön sein. Ne, wir fahren wahrscheinlich in den Schwarzwald. Äh, fettes Vieh. Ja, ich muss eh wieder nach oben. Bis ich nicht ein Set habe, was irgendwie 100 Prozent Radioaktivität abkann. Hm. Noch nicht, aber ich arbeite dran. Erdbeer-Feld. Hm. Ach, ja. Hätte ich nur keinen braunen Daumen. Obwohl, ich habe jetzt eine App gefunden. Okay. Nette Kopfbedeckung. Hm. Ich habe jetzt eine App gefunden, die mir hilft, dass meine Pflanzen hoffentlich nicht mehr jedes Mal sterben. Da kannst du so Reminder setzen, wann... Äh... Wann welche Pflanze gegossen werden muss. Dann machst du mal Fotos von denen. Dann guckt die App nach, ob es den Pflanzen sozusagen gut geht. Und, äh, sagt ihr dann auch, ja, hm, das könnte jetzt daran oder daran liegen. Äh, warum das mit... äh, warum deine Pflanze nicht so... Äh, gut ist, wie sie eigentlich könnte. Ist ganz geil. Was denn? Ne, was denn? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe gerade ein Abo geschenkt bekommen. Das Licht blendet einen fast. Ich habe gerade ein Abo geschenkt bekommen für Käpt'n Karachau. Seit wie vielen Jahren streamst du schon? Äh, meinen allerersten Stream hatte ich 2017. Also jetzt im Oktober sind es vier Jahre. Ja, aber im Käpt'n... Also im Oktober sind es vier Jahre. Wobei ich am Anfang wirklich sehr, sehr selten gestreamt habe. Und dann, ähm... Ja, immer mal mehr, mal weniger. Und die letzten anderthalb Jahre ist es richtig viel geworden. Also auch, ähm... 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 Auch so, ähm... Von meiner Seite, also was die Zeiten und so angehen. Dass ich halt wirklich... Ordentlich... An Stunden klöppel. Aber eigentlich nur, weil es mir halt unfassbar viel Spaß macht. Ich weiß. Hä? Nein. Nee, hier ist nix. No E-Zigarette hier. Geht das so? Ah, mal aufheben. Mhm. Da oben muss ich hin, ja. Das kriegen wir ja hin. Und wo war sie? Das ist Camp Borg. Ein Banditenlager. Oh, 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 oh. Punkt da. Punkt da. Wow, was ist das denn hier? Die habe ich nicht gesehen. Oh, die sind aber auch ein bisschen... Die sind aber auch ein bisschen härter drauf, ne? Oh. Haben wir am 11. August Geburtstag. Uh. Da darfst du ja sogar in den USA Alkohol konsumieren. Wenigstens gibt es eine Aufwandsentschädigung. Äh... Ich habe auch bald Geburtstag. Die Verkleberung des Grundwassers breitet sich aus. Aha. Ich habe auch bald Geburtstag. Aber ich werde keine 21. Ich werde 22. Und Jack. Ah. Ah. Gutfühlung. Äh, so. Ah, jetzt weiß ich endlich, was diese grünen Dinger sind. Meine kleine Taschenlampe kann jetzt ja auch schießen. Warum kann ich nicht den Händenmark schreiben? Weiß ich nicht. Was? Äh. Weil das mit der Kamera hier, ne? Ja. Gravum. Aua. Howling. Äh, so. Wieder bereit fürs Getümmel. Aua. Nicht gut. Loll. Selber in die Luft gejagt, danke. Naja. Muss nochmal in die Schule. Gehst du ran? Telefon. Ah.